Agile Boards bieten Ihnen eine großartige Möglichkeit, unterschiedliche Projekte zu planen und zu verfolgen, von Unternehmensportfolios bis hin zu Backlogs einzelner EntwicklerInnen. Sie können die Größe und den Umfang einer beliebigen Anzahl von Projekten auf einen Blick sehen, den Fortschritt nach Aufgabenprioritäten verfolgen, die Arbeitsbelastung der einzelnen Teammitglieder verwalten, kann Bahn- oder Scrum-Methoden anwenden, sofortige Fortschrittsberichte erhalten und sogar ein persönliches Board für Ihre eigenen Pläne und Projekte erstellen. U-Track – Es ist einfacher, als Sie denken.